Vor zwei Monaten brachte Jenny Frankhauser ihr erstes Kind, Sohn Damian, zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen schwebt sie seither auf Wolke sieben. Jetzt überrascht die Schwester von Daniela Katzenberger mit diesen heißen Schnappschüssen auf Instagram. Sie zeigt ihren After-Baby-Body in Dessous und macht darauf aufmerksam, was ein Frauenkörper während einer Schwangerschaft leistet. In der Caption schreibt sie nämlich Auf den heißen Bildern sieht die frischgebackene Mama einfach super glücklich aus, wie sie auch weiter beschreibt. Es ist, als war er das fehlende Teil, das unsere Familie komplett gemacht hat und wir sind unendlich dankbar, dass wir seine Eltern sein dürfen.